Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün! Wir müssen hier durch die Pokéballfabrik durch und das ist echt nur viel schlimmer als die Silphscope. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und uns gehen langsam die ganzen Sachen hier aus. Ich bin ein wenig verzweifelt und weiß nicht so recht, was wir tun sollen. Komm, ich belebe mir das. Smedbo wieder. Wir haben noch zwei Top-Genesungen. Heben wir uns noch auf. Ach, kommen wir hier weiter? Kommen wir hier weiter? Kommen wir hier? Jaaa, sehr schön! Das gefällt mir noch ganz gut. Also warte, die Lösung doch hier den... ...den Rockets zu folgen. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück, nur um mir anzuschauen, wie der Pokémon-Sprite dann aussieht. Also nicht der Pokémon, sondern der Michael-Sprite. Ah ja. Das sieht echt ziemlich geil aus. Ah ja, ich komme einfach nur nicht durch. Ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht einfach angelasert werden. Ah ja, ein Kombinationsschloss, ich verstehe. Lass mich raten, noch die beiden Äußeren? Jawohl. Wie nett gemacht. Und hier haben wir da den Teleporter, wo wir das... Ah ja, die Blauen bleiben also aktiviert. Und die Roten sind nur solche... ...ja... ...vorübergehenden. So. Mal das und das. Jawohl, genau. Die Kombination hat uns ja noch gefehlt. Damit ist ja bestimmt oben rechts der Laser weg. Stimmt's. Jawohl. Und wir müssen nichts weiter machen, außer... ...hier einmal und hier einmal. Sehr schön. Also, wie war das noch? Einmal hier drücken. Dann nochmal da und... Tada! So, und wo bleiben jetzt die Meisterbälle? Was suchst du denn hier? Oh mein Gott. Team Schockit greift uns wieder an. Smetbo, ne? Mit Käfer und so. Der drückige Flug ist natürlich auch super. Aber wenn ich wechsle, wahrscheinlich unser... Ja, klasse. Bist du schneller? Ja, 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 ja. Job Genesung, ich glaube ich muss auch mal hier... Wechseln. Schneepicker. Für ein bisschen Elektro-Gedöns. Ja, schlaf, schlaf, schlaf. Nein, 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 nein. Ich wollte nicht die Dauerwelle machen. Nein, nein. Ach, sehr gut. Dann ist auch egal. Donnerschock! Klasse! Ich wollte doch nur die Donnerschock machen. Na gut. Jetzt ist es auch hin. So, was kommt jetzt? Ein Goalbert. Ne, behalte ich mal. Weiter der Donnerschock. Bin ich froh, dass wir damals das Schneepicker gefangen haben. Ansonsten wären wir jetzt ultra am Poppes. Autsch. Komm schon, komm schon. Jawoll. Hau es um, denn hoffentlich kommen wir dann irgendwo hin, wo wir endlich mal heilen und uns aufrüsten können. Ein Wati. Kommt da vielleicht das Smedbo gegen an? Das ist nur Level 15, aber vielleicht bin ich ja schneller. Jawoll, ja. Dann. Stachelsprore. Dann. Giftpuder. Dann. Ja, ja, natürlich. Konfusion. Cool. Macht auf. Aber. Da. Na klar, es war ja klar, dass es doch die Paralyse auch durchkommt. Gott, die gönnen wir nicht ein bisschen Erfahrung mit dem scheiß Madbo. Es geht noch auf ein... Auf alles geht mir das. Ah ja, das ist ja schon. Ne, ja. Ich... Tropfen. So, benutzt deinen Donnerschock. so kommt das mit niemals weiter ein wie senior wechsel ich mal lieber auf dann bleibe ich mal lieber bei dem schneepiker donnerwelle gut viel schneller sind wesens etwas ja schon überlebe genau 14 du bist dran benutze den die top genesung auf dich selbst sehr schön server wollte ich gerade sagen wir müssen ja nur noch stärker benutzen weil sonst wird das ja nichts und ein netter krit für uns verdammte kratz vor die ist echt nicht von schlechten eltern obwohl sie nur zwei getroffen hat auch wenn es einen krit war noch ein smith boh na super super du bist das ist alles nicht stärker dann esse ich mal auf wenn ich nicht gerade schlafen würde ich auf essen aber wir haben glaube ich ein aufwecker dabei oder ja einen danke danke vielen dank das ist wirklich zu freundlich von dir ja 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 gegen gift benutzen auch nicht ob die mal aber ich will nicht sterben beleber auf das hat er überhaupt nicht schon ist dagegen mit wo stärke nach mein gott ich will doch nur gewinnen und hier raus konfusion kommt schon hau es um das ist doch nicht dein ernst aber ich habe ich wollte gerade sagen warte er macht diesen schlafbruder aber zum glück macht er das nicht das war zum glück überhaupt nicht anstrengend alter schwede verdammt verdammt ein pokéball für uns mal gefällt den schockert hauptquartier schlüssel ist nicht euer ernst wir müssen jetzt wirklich wieder da zurück wie soll ich das ja machen mit dem halbtoten pokémon das jetzt auch gleich sterben wird wenn ich nicht beleber einsetze auf irgendwas anderes so gibt es hier vielleicht also auf dem bildschirm sind die pläne aber irgendwie muss ich die jetzt ausdrucken oder sowas was war denn das vielleicht reicht auch dieser meisterball wir erhalten eine meisterball selbstverstörungssequenz eingeleitet shit was hat der schockertyp gemacht schnell raus hier oh schnell raus hier ich wollte ja ein bisschen stimmen modellieren ja und wie komme ich jetzt hier raus das sind wir doch schon fast genau im ausgang oder ich bin jetzt hier raus ich bin jetzt hier raus und dann hier und dann hier da oben oder ich wusste ja dass wir wieder auf den selben weg zurück müssen hätte ich mir vielleicht besser gemerkt also pokémon ist tot oder ah das hier überlebt mit einem hp das war ja in den ersten gen nicht so dass ein pokémon einfach verreckt wenn es vergiftet war das ist ja nicht so dass ein pokémon einfach verreckt wenn es vergiftet war ja super hier waren wir zum glück noch überhaupt nicht na klasse ok dann eben der da und dann der hier das ist bestimmt der selbe fahrstuhl na klar ok dann weiß ich wissen wo ich lang muss und zwar hier lang und dann links der teleporter und dann gibt sie nur den ja nein gibt es nicht siebte mehrere aber komme ich hier vielleicht irgendwie raus ich habe mich keine lust mehr auf team schocket tut die tapptapptapptapp darf ich bitte ich will doch nur ach ach ist das ein krampf und ich bin ja so ein riesen fan von solchen tollen rätseln wie diesem hier ich habe auch keine ahne wo dieser fahrstuhl eigentlich war der zum ersten obergeschoss deswegen schaue ich einfach mal hier rundherum und hoffe dass ich dann irgendwann mal das finde was ich suche hier waren wir schon ich gehe zurück jetzt schauen wir mal hier lang sind wir hier oben da oben links vielleicht hier ist aber auch groß kommen wir hier wieder zum ersten ja erstgeschoss meine ich natürlich sorry hat geschossen wir haben uns also zwischendrin zum ersten obergeschoss teleportiert und sind dann jetzt wieder mit erdgeschoss sehr schön wir müssen wieder auch schnell relativ schnell wieder rauskommen oder jawohl ja na komm ha auf frischer tat als habt denn wirst du uns immer länger mal nachsehen ah ja hausfriedensbruch umweltverschmutzung jetzt hast du auch noch die pokeballfabrik zerstört hä wieso umweltverschmutzung du hast die fabrik verzabotiert sodass gipsstoffe austreten hey das war ich nicht das war team schocket die wollten meisterbälle herstellen team schocket würde so etwas nie tun dabei sind sie viel zu nett erst gestern haben sie uns neue uniformen gekauft ist das nicht irgendwie bestechung willst du mir etwas vorwerfen na warte schnappt sie euch nicht zu schnell los schillock schillock fliegen flieg mich nach knoblauchheim ne ah ihr pokémon seid aber zu nichts gut hey sag es dir nicht dass da ein zauber schillock das fliegen kann ähm nein das würde ja bedeuten ich hätte unrecht doch ich bin mir sicher dass du das gesagt hättest scheint als wären die erst mal mit ihrem kleinen streit beschäftigt aber eigentlich ist dieser sound weg der war ja ein bisschen sack gang puh das war knapp ähm wo sind wir hier ach ja ich sehe wo wir sind na willst du vielleicht einen meisterball haben und hast du die pläne ne aber ich könnte einen meisterball finden einen meisterball ach noch besser einen solchen ball konnte ich noch nie herstellen ich habe den meisterball ausgiebig studiert und ich denke ich kann sie nun herstellen wenn du Lust hast kannst du meinen typen ja mal ausprobieren wenn du neue haben willst kostet dich das aber 1.000.000 pokedollar ernsthaft wir haben jetzt den meisterball von ihm bekommen er presst ein pokémon in eine kleine kugel garantiert meistens ich werde der explodiert oder so wir müssen bälle kaufen oh heilen 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 wenn ich das mal vorgewusst hätte ach geil oh schön tränke kaufen oh ja gib mir äh ich muss mal gucken wie stark unsere pokémon eigentlich sind warte wie viel kp habt denn ihr so maximal 68 nein nicht heilen sondern tränke ok dann nehme ich mal ein paar super tränke mit und auch ein paar hyper tränke und auch ein paar beleber und auch ein paar heiler ach sehr schön so gibt es noch äh bälle pokémon superball da komme ich immer ein paar hyperbälle mit so das muss reichen Gott ist das schön oh oh schaut nur auch endlich so das war aber auch echt ziemlich knapp und ob sie nun passt oder nicht ich werde jetzt hier pokémon trainieren gehen und zwar wechseln auf schneepika aber einfach nur damit wir endlich mal mehr als nur zwei pokémon haben die wir in kampf einsetzen können und dann doch das ist 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 und ich muss das es ist und ich muss jetzt auch das letzte mal alle beleber und fast alle tränke und so was nutzen ist ja kein dauerzustand sehr schön hier ist ja relativ fix guck mal einer an da ist doch genau der richtige dafür ach ja steigenwurf du bist jetzt dran naja also ein bisschen trainieren werde ich auf jeden fall noch ich werde das mal spulen und dann oder beschleunigen oder so was ich weiß nicht irgendwas in der richtung auf jeden fall mit ihr das nicht alles mit angucken müsste ich glaube es ist okay ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020